seid gegrüßt meine lieben freunde liebe kaninchen liebe aber liebe zuschauer heute möchte ich euch gerne mal ein informationen kundtun und zwar aus der situation heraus ist mir jetzt etwas aufgefallen und zwar so ein bisschen zum hintergrund ich pack normalerweise wenn ich den stahl sauber mache immer solche pellets mit rein solche holz pellets die man normalerweise zum heizen oder ähnliches werden gebraucht das sind solche dinge hier und habe eine relativ geringe geruchsbelästigung was die ganzen kaninchen hier angeht nun ist mir der sack leer gegangen ich bestelle den meistens bei ebay schön frei hauslieferung ist er mir jetzt leer gegangen und ich hatte jetzt dann quasi die situation dass ich die kaninchen stelle sauber gemacht habe und jetzt im prinzip nur mit stroh alles hier ausgedeckt habe und hier ist mir jetzt wieder aufgefallen nachdem ich das jetzt gerade sauber gemacht habe wie stark eigentlich die geruchsbelästigung tatsächlich bei den tierchen hier auch ist also es riecht schon ziemlich stark also in anführungszeichen jetzt nicht so stark dass die nachbarn sich beschweren oder irgendwie sowas aber doch wesentlich intensiver als sonst immer wenn ich diese pellets dort dann mit hinein tun vielleicht habt ihr auch dieses problem dass ihr euch so ein bisschen an den urin geruch oder ähnliches stört dann kann ich euch tatsächlich auch empfehlen diese pellets euch mal zuzulegen die sind nicht so teuer ich kaufe dir mal gleich mehrere säcke damit ich auch dann erstmal wieder ruhe habe und wenn ich den stall hier sauber mache dann ist das im prinzip das erste was ich hier hinein werfe also man konnte es glaube ich auch schon in den anderen videos sehen wie ich das dann verwendet habe das packe ich dann da drunter als unterste schicht nicht so dass es komplett den boden vollflächig bedeckt sondern gut ein stück also ich habe hier so eine standard fressnapf geschichten hier und davon packe ich in diesem stahl jetzt hier in dieser fläche zwei bis drei solche einheiten rein und ich muss ganz ehrlich sagen da ist von der geruchsbildung fast gar nichts mehr zu merken also es ist immer noch ein bisschen so dass man dann sagt ja man merkt dass die tiere leben aber nicht so dass du schon ein meter von einem stall sie zu riechen bekommst so ist es dann nicht nur wenn man das dann noch relativ regelmäßig sauber macht dann sollte eigentlich auch keine geruchsbildung mehr dort dann auch vorhanden sein von daher wenn ihr auf der suche gewesen seite oder vielleicht solche problematiken habt wo ihr damit mit gerüchten zu tun habt oder belästigt werdet oder ähnliches empfehle ich euch mal so was hier auszutesten weil das ist echt eine gute und sichere nummer ich hatte das damals auch irgendwie durch zufall im internet mal zu lesen bekommen dann dachte ich mir ja gut solche holzpellets kann man ja mal kaufen einfach mal austesten und ich bin ziemlich zufrieden also es wirkt wirklich sehr sehr gut vielleicht habt ihr auch möglichkeiten eine möglichkeit hatte ich mal irgendwo auch gelesen dass man katzen einstreu oder irgendwie sowas dafür verwenden kann ich selber das ist meine persönliche meinung halte jetzt nicht so viel davon ich schätze mal ich weiß es nicht mehr habe ich selber noch nicht ausprobiert aber ich kann mir nicht vorstellen dass das irgendwie eine gute und saubere nummer dann sein würde vor allen dingen ist ja auch die gefahr dann gegeben dass die kaninchen das dann auch so fressen und eventuell es ihnen nicht gut tut diese dinger hier hatte ich mal ausgetestet ob sie die irgendwie essen würden aber das tun sie nicht jetzt das essen will er nicht essen wissen sie will sie nicht essen von daher meine klare empfehlung kauft euch das probiert das mal aus wenn ihr vielleicht eine andere möglichkeit habt oder für euch selber etwas gefunden habt dann schreibt das gerne in die kommentare mich würde das auch brennt interessieren vielleicht gibt es ja noch eine viel viel bessere lösung als diese geschichte hier von daher schreibt gerne eure erfahrungswerte hier hinein das wird mich dann schon sehr interessieren ja vielleicht noch mal ein wort zum gestrigen video da habe ich jetzt auch relativ viel positives zu hören bekommen gerade auch an konstanz und franziska kurs geht raus ja das war so ein bisschen die information die ich euch gerne mitteilen wollen würde oder auch etwas jetzt in einem rahmen dieses clips dieses videos hier dann auch gemacht habe wird es gerne aus wenn ihr eine bessere möglichkeit hat lasst mich gerne daran teilhaben ich bin immer auf der suche nach nach besseren geschichten die man dort dann auch einleiten kann und gerade so dieses geruchsthema ist ja auch so ein thema für sich so durch das video da riecht man es nicht aber wenn man dann davor ist dann ist man doch schon immer überrascht dass ja dass das so stinken kann aber es ist einfach so tiere machen mist und mist ist niemals wohl riechend von daher alles gut aber wenn es dann eine möglichkeit gibt um irgendwie dagegen anzugehen im positiven sinne warum sollte man das nicht nutzen und wenn man da vielleicht ein geheimtipp hat dann kann man das dann auch gerne mal mit den anderen teilen ja ich hoffe ihr fandet das interessant falls ihr gerade zeit und lust hat lasst gerne ein abo da daumen nach oben schreibt euer erfahrungen in die kommentare ich würde mich da sehr darüber freuen von daher bleibt mir jetzt nichts anderes übrig als euch noch einen angenehmen restlichen tag zu wünschen und ich würde mich freuen wenn ihr euch auch das nächste mal einschaltet bis denen ganz wichtig und ich Musik Applaus